moin moin liebe leute herzlich willkommen zu einer neuen runde gta5 war gerade ein bisschen mit lautstärke erschrocken aber dann erst gesehen dass hinter mir ein zug fährt generell würde ich aber sagen ist die lautstärke in game wahrscheinlich ein bisschen zu viel ich mache mir immer leiser und muss erst mal wieder überlegen ich glaube wollten charakter wechseln oder auch nicht da stehen geblieben letztes mal weil wir seine hütte immer noch nicht gefunden haben keine ahnung wo er wohnt weil hier tante zu hause rausgeflogen und jetzt wissen wir nicht mehr wohin sollen und schade und kann ich hier noch irgendwas aktivieren das ist ja nicht alles hier das sind irgendwie nur michael teilbahn straßenrennen zyklub samtflugzeug da noch ammunition mit auf der lage neun von neun ammunition gibt es okay das ist unser unterschlupf da waren wir noch nie da ist der kaufzeit abschleppplatz den haben wir schon kennengelernt ich weiß also nicht genau was das ist aber ansonsten weil sie ist dann wechseln wir die charaktere oder michael wechseln oder 8,6 km also in flüssen wir auch noch nicht gefahren ich kann schon mal ein bisschen was abkürzen aber ich meine das spiel geht ja auch ein bisschen saub ich glaube es ist teilweise echt ein bisschen zu laut von der hinterkomposik hört man nichts wir sind hier so ist eigentlich relativ flow eigentlich weiß ich auch nicht muss noch mal gucken in den einstellungen und eigentlich will ich ja keine andere hintergrundmusik haben ich weiß nicht genau was ich da kann neben musik eigentlich ist bis auf die richtige jetzt noch einmal soll wir haben es gleich keine panik auf 200 gut wenn wir jetzt runter springen glaube ich war es das was was wach 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 stopp mal kollege er wäre einfach mal fast einen schritt zu weit gelaufen warum soll ja man so kann ja nicht beschädigt das wäre frech so sagen wir mal hier irgendwie da und aber war kein geländewagen aber kann es schafft das ja schafft sie die bloß jene sorgt haben wir hier auch und schon gar nicht auch Das war jetzt nicht ganz cool, das war jetzt auch eher schlecht. Check out, Kollege, was steigen gerade? Alter Schwede. Was ist da? Nagerfeuer oder so? Das ist einfach nur ne Lampe für den Zug hier, oder? Können wir jagen? Die hätten wir auch mit der Hand erledigen können, so nah waren wir dran. Ist das denn ernst? Sind wir von so einem hier Puma oder was? Alter Schwede, krass. Das ist ja ein bisschen blöd gelaufen, das muss ich sagen. Das war so nicht gewünscht. Die Polizistin hier, ein mitgegeben. Das ist ja echt ungünstig gelaufen. Lauf mal einen Schritt, hier sind fast gar keine Autos. Brauchen aber eins. Das ist ja eigentlich eine Tattoo-Laden, okay. Ja, ich weiß. Tut mir leid, aber wir brauchen einen Fahrbahnuntersatz. Was? Sieht was an. Immer noch 6,5 Kilometer, also haben praktisch noch nichts geschafft. Ich habe Glück, dass wir gut drauf sind und jetzt nicht zurückgefahren haben wir ihn erlegen. Diese Leute, die uns schimpft, war da hinterher schreien. Ja, immer mal da nicht ansieht schon. Oh, die Kari hier holt doch mehr raus, als ich dachte, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine Schle hier noch vorgestellt. Irgendwie fehlt mir so eine Geschwindigkeitsanzeige hier um rechts oder sowas. Da kommen wir noch ziemlich Züge voran hier. Da muss ich einen Käfer dabei. Das hier, der Industriegobiet, Traktor. Ich glaube nicht fühlen, muss man mal sagen. Ja, das war alles voll easy hier. Krass. So machen wir mir das. Wir können auch noch überholen. So, jetzt mit Hilfe und Hilfe. Viele Tiere hier, überall, da will Tiere. Da werden wir noch mal so eine Puma-Katze oder was das war. Die liegen wir aber sofort. Ich wollte gerade noch einmal überlegen, dass ich mich umdrehen und sie abschießen. Dann hatte ich auch null Chancen überhaupt noch einen Schlag anzusetzen oder irgendwas zu machen. Da war man sofort tot. Das ist nicht verbundet und das ist im Kackenhaus wieder aufgemacht. Todesmeyer nicht. Und zwar im Zweifel können wir uns nicht wieder auffangen. Ich bin mal schnell weg. So, den Traktor fahren. Muss ja auch mal sein, oder? Oh, der Baum kommt. Die Gas. Ich kann hier Anhänger mitnehmen. Ich wollte eigentlich aushaben. Für den Huber da. Machen wir rauf auf dem Acker, wa? Na, natürlich nicht. Die ist so frech. Die sind mit 35 jetzt hier. Da haben wir die passende Geschwindigkeit. Da schafft es aber nichts, ne? Wir holen uns gleich ein anderes Auto. Die letzten 1,4 Kilometer möchte ich damit nicht zu Ende fahren. Was ist hier los? Das ist so ein Obstladen, also. Oh. Das Auto kann ich mir gerade gönnen, aber der war weg. Das ist genau das Auto, was wir brauchen. End. Das war ein Glück. Ganz intrakt warm. Nice. Schau, Mittel. So. Oh, der ist auch nicht. Oh, wo sind wir hier? Das habe ich noch nie gesehen, ne? Hier? Das habe ich noch nie gesehen, ne? Also ich spüre mich nicht. Das. Theater. Das auch von dem Auto ist cool. Ja, da geht man gerne mal von Gas und macht wieder Gas. Das Auto sollten wir mal ein bisschen für eine kurze Zeit heile lassen. Also zumindest so heil, dass wir es noch benutzen können. So, hier ist Unterschlupf, oder was? Ah. Das ist unsere Hütte. Das ist Franklis neuer Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du diese Garage parkst. Ja, das ist gar nicht so schlecht zu speichern hier. Ja, da kommen ja auch ständig neue Autos vorbei. So ist es ja nicht, was man hat. Das hat man. Der ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und den kriegen wir, glaube ich, immer neu. Ach, so sollen wir uns das eigentlich erstmal angucken, unsere Hütte. Was ist denn das hier, ne? Wir treten unsere neue Hütte. Wir gucken uns das nicht mal an. Das ist also unser neuer Unterschlupf. Und da ist auch der Köder. Und der, oh nice. Also, das ist cool. Eine Hütte in der Größe hier, alter Schwede. Und mit dem Ausblick, hier kannst du einfach in den Pool springen. Ja gut, wir kommen wieder raus und ertrinken nicht. Da habe ich jetzt gerade so ein bisschen Panik. Aber wir können hier natürlich auch reingehen. Guck mal, hier ist ein Medi-Pack. Brauchen wir gerade nicht. Hier können wir speichern. Das ist alles noch nicht eingerichtet. Ja, das Thema mit den Aktien, ne? Das ist mir letztens nochmal so fernab der Aufnahme eingefallen. Wie sinnlos ich das bisher genutzt habe, das Thema Aktien. Ich habe dann ja dann nochmal geguckt und hatte noch gesehen, es gibt diese Aktien, die man hätte kaufen können, wo es eigentlich klar war, dass da was passiert, weil wir ja die Zeugen ausgeschaltet haben, die dagegen aussagen wollten. Und da ist natürlich nochmal die Sache. Ich würde fast behaupten, es macht super krass Sinn, einfach die Charaktere zwischendurch zu wechseln, damit jedem in diese Aktien zu investieren. Und dann erledigt man diesen Auftrag, der da eben richtig, ja, richtig Gas reinbringt. Machen wir mal ein bisschen Wein mal trinken hier drauf. Dann können wir mal so was gönnen hier mit der Hütte. Ja, also das wäre mega geschickt gewesen. Hätten nämlich alle viel, viel mehr Geld. Da kannst du das Kapital ganz schnell verdoppeln. Aus 100.000 macht 200.000. Oder, ja, gerade wenn man solche besonderen Aufträge hat, da müssen wir in Zukunft dran denken, wenn sich noch solche Chancen für uns ergeben, dass wir definitiv das sinnvoller gestalten, indem wir dann erstmal Aktien kaufen im großen Stil mit allen Charakteren. Oh, hier ist eine Wasserpfeife. Oh ja, können wir mal testen, ob das hier auch schmeckt. Da hat er gar nichts reingestopft. So geht das aber nicht. Wie heißt das noch? Ach nein, jetzt hat er da, oh nee. Ist ein bisschen schwammig. Noch ein, rein schmücken. Immer zwei, ne? Halt. Lassen wir lieber wieder klarkommen hier. So, das war ein Zufall, dass das genau die Tür war, wo es rausgeht. Gut. Also, mit dem grünen, ich sehe aktuell... Alter. Oh. Muss doch nicht deine eigene Karte kaputt spielen. Ich sehe tatsächlich für Franklin aktuell nichts auf der To-Do-Liste. Das heißt, ups, wir wechseln mal irgendwo anders hin. Können wir das neue Hütte kennen mehr. Oh, das wollte ich auch nicht machen. Vielleicht wollte ich eigentlich auch nicht. Wieso krieg ich denn das Wasser? Ja, clever. Wollen wir mal mit Trevor wieder ein bisschen Terror machen. Wo er sich gerade aufhält. Das ist doch eine Olle in Ruhe. So, Fragezeichen. Auto. Das ist unser Karl. Wait. Ich habe ein U-Boot gesehen, scheinbar unter dem Hafen auf einem Schiff. Das ist der, die sie sieht. Du könntest irgendwie einen Tower cutten und vielleicht gibt es einen Schalter zum Runterlassen. Ja, das ist glaube ich da, wo es jetzt blinken, ne? Dann würde ich sagen, ist doch das eine nette Geschichte, die wir machen können. Ausgesetzt, ich komme ja gerade klar. Da müssen wir hin. Das ist ja auch nicht gerade. Nehmen wir an. Äh, wollen Sie Karo? Oder ich würde, ich bin eigentlich eher so sehr spannend. Hey, der einzige Ort, wenn man einen Heli kriegen, die du ihn brauchst. Das ist ja auch nicht. Der einzige Ort. Der halt ausschaut nach anderen Helis im Gebiet. Wäre vielleicht einfacher, wenn du zuerst ausschaltest. Oh, der einzige Ort, Mann. Also wir brauchen einen Helikopter. Da könnten mehrere Helikopter in der Nähe stehen. Und irgendwie sollen wir die dann scheinbar sinnvollerweise erst ausschalten. Aber nichtsdestotrotz, liebe Zuschauer, machen wir dann übermorgen weiter, ne? Denn das war schon wieder für die heutige Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es mir Spaß macht, unterstützen mich doch gerne mit einem Like. Schaltet übermorgen wieder rein. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.